Weiter geht es mit dem Lauf 5. Heat Nr. 5 wird starten auf der Bahn 0 in Lane 0, representing Piranha SC Topolchani, Dennis Caraba. Auf der Bahn 1 in Lane 1, representing Engelholms Simselskab, Viktor Kertes. Auf der Bahn 2 in Lane 2, representing VIT Copenhagen, Mikkel Johansson. Auf der Bahn 3 in Lane 3, representing Lorenz Kogrelingen, Henrik Christiansen. Auf der Bahn 4 vom SVC Berlin, Erik Reus. Auf der Bahn 5 in Lane 5, representing Georgian National Team, Irakali Revishvili. Auf der Bahn 6 vom Aqua Berlin, Michael Stöner. Auf der Bahn 7 in Lane 7, representing Skornes Zünnverbund, Simon Platon. Auf der Bahn 8 in Lane 8, representing Skornes Zünnverbund, Pontus Valin. Auf der Bahn 9 in Lane 9, representing Piranha SC Topolchani, Miroslav Funtik. Auf der Bahn 4 in Lane 7, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. The table is closed because there will take place a few training sessions, practice sessions of our divers. Thank you. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.